Was denkst du? 35 plus! Plus! 35! Und es sind halt alle scherbegeistert davon, hier mal einen weißen zu sehen. Und deswegen steht der Mob hier Schlange und möchte gerne tatsächlich ernste Fotos machen. Könnte aber auch daran liegen, dass sie mich erkannt haben und gesagt haben, das ist doch der Typ von Jo und der Professor, der kennt doch den Professor. Deswegen bin ich hier ein bisschen berühmt, weil die alle Kontakt haben wollen zu dir, Prof. Und deswegen geht es jetzt weiter mit der Fotosession. Willst du ein Foto nehmen? Ja, ja. Okay, kein Problem. Weil ich keinen Professor bin, oder? Ja, ja, ja. Sehr viel. Okay. Also, Prof. Die sind große Fans von dir. Ja, ja. Ja, ja. 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 Okay, danke. No problem, no problem. Okay, ich hätte angefangen. Also, ich habe jetzt Janine. Ich bin Jo-Jo, und das ist für die Professor. Ihr Professor? Jo-Jo. 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 Ja. Ja, ja. Ja, du kennst mich nicht. Du kennst den Professor, oder? Also, schaltet mal rein und abonniert uns bei YouTube. Denkt an, ne? Auf Wiedersehen.